Mein Name ist Maximilian Netzenberger. Ich bin der Gründer der Etsy Group. Ich habe vor ca. 31 Jahren die Firma gegründet, aus dem Kinderzimmer heraus. Wir sind derzeit noch in Forchdorf und übersiedeln, hier in den neuen Standort in Ried im Traunkreis. Hier entsteht die modernste Ziegelwandstraße weltweit. Das heißt, hier wird einzelne Ziegel in eine Ziegelwand gefertigt. Dazu gekommen sind die Voralbbeton als Betonmischanlage, die Windoment, das Fensterelementproduzent und die Wollmet mit den Ziegelfertigtelementen. Wir sind Marktführer in diesem Gebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich und wollen in diesem Gebiet noch stärker in Erscheinung treten. Die Etsy Group ist eines der größten Unternehmen im Bereich des Einfamilienhausbaus in Österreich. Hier werden auf 45.000 Quadratmeter 220 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren neuen Arbeitsplatz haben. Das ganze Projekt hat ein Bauvolumen von 37 Millionen Euro. Also wir arbeiten schon jahrelang mit der VKB erfolgreich zusammen und die VKB hat erkannt, dass diese Investition für die Zukunft zielführend ist. Ich habe mit meinen Kollegen vom Corporate Finance Team natürlich sämtliche Förderungen genützt und so haben wir im Endeffekt die perfekte Finanzierungsstruktur auf die Beine gestellt. Und ich freue mich natürlich besonders, wenn dann in ein paar Monaten zum ersten Mal eine Ziegelwand aus dem Berg rauskommt. Die Vision von Max Etzenberger, was er da errichtet, haben wir erkannt und uns ist wichtig, dass wir diesen Weg mitgehen und schauen, dass sein Unternehmen sich weiterentwickelt und die VKB mit ihm wachsen kann. Wachsen wir gemeinsam. VKB. Ihre Bank. Ihr Erfolg.